So, da bin ich wieder, zu einer neuen Episode Gran Turismo 6 Rekordfahrt, heute mit einer Racing Card 129, das ist ja eine andere Gruppee-Klasse. Mal gucken, was dieses Fahrzeug jetzt sagen wird für eine runde Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 173 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Ich kann nur eins sagen, das Fahrzeug ist auf jeden Fall schneller als der vorigen Kart. Ich habe mir nicht gedacht, man kann es vielleicht mal mit einem echten Cut sowas mal ausprobieren. Ich wollte gerne mal Testfahrer werden für solche Fahrzeuge. Vielleicht auch schon mal rein elektrisch. Das wäre auch mal krass. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Aber wenigstens bin ich nicht gegen die Mauer gekommen, das ist schon mal gut. Aber, ja, und so kann es passieren bei den Kart, wenn man einmal die Kontrolle verliert. Aber wir schaffen unter 10 Minuten einmal runter auf den Nürburgring. Das ist schon mal gut. So, und das ist die Rundenzeit. 9 Minuten 16. Stark. Okay, Leute. Ich mache jetzt Schluss für heute und hoffentlich hat euch das Spaß gemacht. Ich bin auf eure Kommentare, auf eure Likes gespannt. Schickt mir meinen Kanal ein Abo, das würde mich freuen. Und das nächste Mal geht es dann weiter, wenn es wieder heißt Gran Turismo 6 Rekordrad. Und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüß.